auf einem kleinen blauen Planeten versammelt hat, das solche Fragen stellt und so staunen kann, wie wir das können. Und deswegen würde ich sagen, fliegen wir mal wieder zurück nach Hause und machen eine kleine Pause. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gott sei Dank, wir sind wieder zu Hause. Das Universum ist eigentlich kein Platz für uns Menschen. Das ist unmenschlich. Es ist zu leer, es ist zu kalt. Das ist wirklich ein Abgrund von Raum und Zeit. Hier in dieser Welt des Meters, des Kilogramms und der Sekunde, da sind wir ganz Mensch. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Und vor allen Dingen darf ich hier auch sein, weil ich was von der Welt verstehe. Mein Erkenntnisapparat ist auf diese Welt um mich herum abgestimmt. Das ist natürlich kein Wunder, dass wenn man nach den ewigen Gründen fragen würde, ohne irgendwelches technisches Gerät, würde man sich umschauen und würde sagen, naja, Feuer verändert die Welt, Wasser verändert die Welt, Luft verändert die Welt und die Erde. Und damit hat man direkt die alten griechischen Erstelemente gewissermaßen. Also das, was die griechischen Naturphilosophen zuallererst über die Welt gedacht haben, als die ewigen Elemente, Feuer, Wasser, Luft und Erde, die sind nämlich unseren Sinnen gemäß. Erst deswegen haben die genau damit angefangen. Es ist die Welt, die wir verstehen. An der sind wir geschult. Unser Erkenntnisapparat, unser Gehirn ist geschult an den Vorgängen, die wir heute um uns herum so sehen. Das ist kein Wunder, denn nur erfolgreiche Konzepte haben sich in der Natur durchgesetzt. Das ist das grundlegende Prinzip der Evolution. Es werden Möglichkeiten angeboten und die Möglichkeiten, die sich am besten an die Umwelt anpassen konnten, die haben sich durchgesetzt. So ist unser Gehirn ausgerichtet auf diese Welt des Meters eben sehr gut geschult. Das ist ein erfolgreiches Konzept. Alles, was sich in unserem Gehirn an Erkenntnisfähigkeit auf den ersten Blick so abspielt, ist geschult an dieser Welt. An all den Sachen, die Sie und ich so kennen. Alles, was um uns herum direkt mit dem Auge sichtbar ist. Das heißt, wir müssen uns nicht darüber wundern, dass wir tatsächlich etwas von der Welt verstehen. Es gibt ja so Leute, die sagen, die Wirklichkeit, die gibt es gar nicht. Die gibt es nur in unserem Kopf. Stimmt und stimmt nicht. Wir sind keine Konstruktivisten. Wir können nicht die Welt konstruieren, aber wir können sie rekonstruieren. Wir sind Rekonstruktivisten. Und jedes Mal, wenn eine Rekonstruktion von uns im Gehirn mit der Welt da außen korrespondiert, wenn sie zusammen, wenn das zusammen geht, dann haben wir einen Erfolg erzielt. Und deswegen können wir was von der Welt verstehen. Also unser Gehirn konstruiert nicht die Welt, sondern unser Gehirn ist ein Teil der Welt und jedes Mal, wenn wir eine Hypothese bestätigt finden in der Außenwelt, dann können wir sagen, ja, vielleicht ist an der Hypothese was dran. Das ist das Problem für die Konstruktivisten. Übrigens, sie können nicht erklären, warum Hypothesen scheitern. Wir als Realisten können sagen, Hypothesen scheitern, weil sie falsch sind. Aus. Für Konstruktivisten ist das schwierig zu erklären, denn die sind ja der Meinung, die Welt sei eine Konstruktion, also das sei unser Wunsch, unsere Vision und so weiter. Na, wie will man dann eine Welt konstruieren, die total falsch ist? Kommen wir zurück. Wir sind zu Hause. Wir sind in dieser Welt, die wir gut verstehen. Endlich. Allerdings haben wir diese Welt ja auch verändert. Wir Menschen, der Homo sapiens vor allen Dingen, hat die Welt gewaltig manipuliert. Und wissen Sie mit was? Mit der Hand. Das, was die Welt verändert hat, ist die Technik und das Handwerk. Und das Handwerk und die Technik, das ist die Welt des Handmaßes. Unsere Hand, unsere Fünffinger haben die Welt dramatisch verändert. Und wir haben vor allen Dingen viele Dinge geschaffen, die unserer Hand gemäß sind. Viele Werkzeuge gehören zu unseren Handextremitäten. Ich bin übrigens der Meinung, dass so etwas eine wichtige Voraussetzung für das Überleben einer Zivilisation auf einem Planeten ist. Die Außerirdischen werden Hände haben, dann können sie Technik entwickeln und mit Tentakeln wird das sicherlich nicht funktionieren. So. Das ist die Welt um uns herum. Sie ist handgemäß. Also das ist schon mal so diese Welt von 10 Zentimetern. Aber jetzt wollen wir anfangen, in die Materie hineinzugehen. Und noch können wir, in einem ersten und einem zweiten Schritt, können wir Dinge erkennen, die noch viel kleiner sind als unsere Hand. Aber dann werden wir Techniken brauchen, um da unten mal nachzuschauen, was sich in dieser Welt, in dieser fantastischen Mikrowelt noch alles verbirgt. Dann würde ich sagen, los geht's. Das ist jetzt die Grenze unseres Sehvermögens. Unterhalb dieser Ebene von ungefähr einem Millimeter beginnt das für uns nicht mehr sichtbar. Da brauchen wir Hilfsmittel und da tut sich vieles. In diesem Grenzgebiet zwischen dem ganz Großen und dem ganz Kleinen, da gibt es Lebewesen. Und diese Lebewesen sind so etwas wie Miniaturausgaben der ganz großen Lebewesen, die wir kennen. Da gibt es Stoffwechsel, die reproduzieren sich, es geht ihnen offenbar gut, ihre Lebensbedingungen sind offenbar perfekt. Sie sind angepasst an diese Umweltbedingungen. Sie sind manchmal so angepasst an diese Umweltbedingungen, dass es uns großen Lebewesen große Schwierigkeiten macht. Da gibt es Viecher, wie zum Beispiel diese Milben, die sind für Allergiker eine Katastrophe. Wir sind endlich beim Urbaustein des Lebens angekommen. Zumindest auf unserem Planeten, nämlich der Zelle, dem Einzeller. Es gibt zwei verschiedene Sorten von Einzellern, kann ich ja schon mal sagen, vorab. Das eine sind die mit Zellkern und das andere sind die ohne Zellkern. Übrigens, die ohne Zellkern sind früher entstanden als die mit Zellkern. Kein Wunder, es ist einfach einfacher gewesen, das ohne Zellkern zu versuchen als mit. Der Zellkern ist eine Weiterentwicklung und zu dem kommen wir noch. Das ist das ganz große Geheimnis des Lebens. Was ist die Zelle? Die Zelle ist eigentlich eine große Kommune, fast könnte man sagen eine Wohngemeinschaft. Da haben sich verschiedene Einzeller nämlich zusammengetan. Das ist zumindest die Theorie, wie eine solche komplizierte chemische Minianlage zustande kommt. Eine Zelle besteht aus dem Zellkern, wie gesagt, den lassen wir erstmal weg. Aber es gibt eine Proteinfabrik, die Proteine, das sind die Moleküle, aus denen alles Mögliche zusammengebaut ist. Unsere Haut, unsere Organe, das Bindegewebe, alles Mögliche. Und diese Proteine werden durch die Zelle immer und immer wieder aufs Neue aufgebaut. Es gibt eine Energiefabrik in der Zelle, das sind die Mitochondrien. Die Mitochondrien, das sind übrigens diejenigen, von denen man weiß, dass eine Zelle mit Zellkern ursprünglich mal eine Zelle ohne Zellkern gewesen ist, die eine andere Zelle gefressen hat. Denn in den Mitochondrien gibt es eigenes Erbgut. Nicht nur im Zellkern, sondern auch in den Mitochondrien. Und in den Mitochondrien-Erbgut, das kann man auf der Mutterlinie nachverfolgen und so weiß man, dass wir Menschen alle aus Ostafrika stammen. Es gibt nämlich nur sieben Mutterlinien, sieben, die alle nach Ostafrika zurückführen. Das kann man aus der Mitochondrien-RNA ablesen, der Ribonukleinsäure der Mitochondrien. Es gibt den Golgi-Apparat, es gibt aber vor allen Dingen eine Zellwand, die den Einzeller umschließt. Und das ist ganz wichtig, weil die Zellwand macht den Unterschied zwischen innen und außen. Es muss nämlich innen etwas mehr sein, zum Beispiel von den Nährstoffen, als außen. Das heißt, die Zelle versucht ständig von außen durch die Zellwand Nährstoffe in sich hineinzubringen. Und wenn die dann umgebaut werden, gibt es natürlich auch Abfall. Das muss dann durch die Zellwand wieder raus. Und auf diese Art und Weise profiliert sich die Zelle. Die Entstehung der Membran, die die Zelle umgibt, also der Zellwand, das ist eine der ganz großen Fragen der Lebensgeschichte. Wie hat das angefangen? Also es gibt die Zellwand, es gibt die Zellflüssigkeit, den Zellkern, und es gibt diese Einzelteile, und das alles zusammen macht eine grandiose chemische Fabrik auf. Und diese chemische Fabrik erneuert sich immer und immer wieder. Und wie sie das tut, das erzähle ich Ihnen, wenn es um den Zellkern geht. Im Zentrum der Zelle, der Zellkern. Im Zellkern steckt das Erbgut, verschlüsselt beim Menschen, also wir sind ja in meiner Hand, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, wir sind ja mitten in meiner Hand, in 46 Chromosomen. Diese Chromosomen tragen alles, was mich als Kohlenstoffeinheit Harald Lesch ausmacht. Alles. Und das Ganze ist kodiert in Genen. Also die Chromosomen sind so etwas wie eine große Bibliothek, und die Bücher, die in den Chromosomen stehen, das sind die Gene. Das heißt, jeder Vorgang, der immer wieder aufs Neue in mir Zellen erzeugt, wie zum Beispiel Zellen innerhalb meiner Hand, das ist ein Vorgang, der ein Buch abschreibt. Abschreiben muss, es wird kopiert. Und diesen Kopiervorgang, den beobachten wir.